Musik Na los, machen wir jetzt mal Juka, oder? Ja, Regal Hotel muss ich, da war, da war irgendwas, Regal Hotel. Sollte ich vielleicht kurz vorher nochmal eben gucken. Okay. Bevor wir da vorstehen. Also bevor wir reingehen. Welch hier noch? Alles böse. Nein, Fragezeichen. Oh, wir sind schon da. Was haben wir da, das? Ich guck mal kurz nach. Achso, das Special Crimes Unit erstmal, okay, so war das. Ja, ich guck mal kurz nach. Ja. Aber ich erinnere mich nicht wirklich, ne? Wir drücken wieder HMS Cape. Gehen auf die Solos und auf die Versteckung. Das Intergang falsch geht, das war woanders. Star Labs ist es nicht. Zombies ist es auch nicht. Zombies ist es auch nicht. Gefreiheit ist es wieder. Ne, das war... Das war auch nicht. Arthros auch nicht. Die Oro war es auch nicht. Blutlachen, Tanks nach der Gliedelzeit. Betreuungsdämonen auch nicht. Ah ja, da haben wir es. Entschärfe die Bomben, bevor die Polizeibeamten im Regal Hotel sterben. Entschärfe. Ja. Die Bomben. Achso, das ist das Gleiche. Ja, wir sollen also Bomben entschärfen. Ja, genau, das sind diese Frauen im roten Kleid, die immer da dran gehaftet sind. Genau. Ja, das war die Feed. Also wir dürfen keinen sterben lassen. Und hier haben wir ein SCU-Polizei-Rivier nochmal von vorne. Bitte befreie zwölf der SCU-Truppen im SCU-Polizei-Rivier. Wo sind wir jetzt? SCU im Revier. Das ist das Revier. Dann sind da irgendwelche gefangen und die sollen befreit werden. Zwölf Stück. Ja, dann komme ich mal, springe ich dir mal im Kopf. Vom Dach so rein, wa? Jo. Okay. So sieht man sich wieder. Leider konnte ich dich nicht persönlich begrüßen. Aber ich habe ein kleines Geschenk hinterlassen. Das sind die... Der Joker hat einfach geschenkt. Hier gibt es doch auch diese versteckten Infos, ne? Diese blauen. Und am Dach und so. Ja, dafür ist tatsächlich schon zu lange her. Aber wir werden sie suchen und finden, schätze ich. Die SCU hat kürzlich damit begonnen, experimentelle Exo-By-Technologie an Polizeiforschung anzuwenden. Joker nahm das als persönliche Herausforderung. Sei auf der Hut. Er wird sich heute Nacht besonders schlimm benähen. Hier oben zum Beispiel. Ja, ja. Ja, ja. Er ist recht nicht, ja da nicht. Er ist ein bisschen leise. Oh, komm, da haben wir schon alle weggemacht. Ich gehe mal die Geschenke hier draußen öffnen. Und hier gegenüber ist auch noch ein Zeichen. Okay. Die SCU verfügt über die besten Polizeikräfte von Gothen. Notiz von Lucius Fox. Unser neuster Energiepanzer verwendet hochmoderne Zielsysteme. Hast du das Grüne schon? Ich hole jetzt gleich, warte. Okay, was hilft dir? Nö, doch nicht. Kriegst du mir jetzt ein Schild. Dankeschön. So, ich komme. Achso, ja, nee. Ja, zurück und dann gegenüber vom Blau. Achso. Ja, habs. So, hier ist noch ein Geschenk und noch ein Rekrut. Ganz schön dunkel hier. Oh, guck mal, die folgen mir alle. Warte, hier sind doch noch Geschenke versteckt. Ich hau die gerade alle auf. So. Das müsste es gewesen sein. Eigentlich. Ja, ich habe jetzt gleich mitgezählt. Guck mal, die ganzen befreiten Rekrutten, die da alle helfen, ist das nicht die von ihnen. Bist du wieder da? Ah, da bist du. Oh, Dickie, geh aus dem Blüten. Mein dicker Lesbich. Oh. Dachtest du, damit könntest du die Tür... Ach, Mensch, mit dieser Tür... Jetzt geht's wieder los, ja. Da war was. Genau, das war das. Oh Gott, wie war denn das noch? Kannst du ein Geschenk aufhauen und Glück haben eigentlich, glaube ich. Ja, das zum einen, da gab es auch irgendwas, ich weiß auch nicht mehr was. Das wäre wohl später nach und das war jetzt eben nicht zu finden, überhaupt nicht. Ich glaube... Ich glaube... Ein schäbiger Kaffeetisch. Gehört übrigens auch zu einer Feet, der schäbige Kaffeetisch. Ja? Nur der Tisch, ja, oder? Nee, die gesamte schäbigeree natürlich. Achso. Ich weiß nur nicht, ob ich den nicht sogar schon hatte. Oh, ich erinnere mich. Ich natürlich auch nicht. Schade ist, dass es da nicht dasteht, wie viel man hat. Das wäre besser. In der Feet steht das. Da könnte man uns nachgucken. Also unsere Helden-Taten-Basis. Ach nee, schäbiger, schäbiger Schrank-Quars, okay. Die Feet könnte gewesen sein, dass man die Kiste zuerst überführt. Ja, aber das werde ich nochmal erforschen. Gibt's da ein extra Video für oder so. Ein Witz-Polt. Erzähl doch keine Witz. Nicht mehr. Nicht mehr. Überraschung. Ein tolles Witz-Polt. Hier ist ein Witz-Versteckt. Ich guck mal, ah, da oben. Äh, genau. Und sonst ist hier oben nichts. Es war mal ein Schurke aus Tod. Den fingen die Cops gerade schon. Er macht gerne Terz. Er liebt fremden Schmerz. Kommt er also frei? Lauf davon. Eins, zwei, drei. War das schon der Riddler? Ne, ne. Hier ist, ähm, jetzt überlege ich gerade. Kleeface war hier. Ah. So, die Recruiten haben wahrscheinlich alle befreit. Aber wir nehmen natürlich alle, die sind ja... ... nette Helden. Genau. Vor allem helfen die ja auch noch. Viel Sperrgebiet? Warte mal. Ich sperr dein Gebiet gleich auf. Ja, Leute, die jetzt gerade Harleys Überfall spielen. Harleys heißt, ich kenne diese Location. Na. Jetzt lassen die mich hier nicht raus. Rüberspringen. So. Ach du, liebe Zeit, was ist das? Es ist Weihnachten. Mhm. Frühzeitig. Dann war mal schief zu unserer Sicht, die hier. Ich will mal meine Weapon Mastery benutzen. Aber die habe ich ja noch da. Die lachen sogar noch, wenn sie K.O. sind. Ich hörst du auch was, ja, ne? Ja, ja. Ich überlege gerade im nächsten... Ist wahrscheinlich drin, ne? Ach, nee, ist noch mal drauf. Ja. Ja. Ah, griffig. Ah, griffig. Die SCU benutzt besondere Sicherheitszellen, um die gefährlicheren Kriminellen im Zaun zu halten. Finde eine und beende diese Schlappschlappe. Notiz von Lucius Fox. Drei von sechs, aber hoffen wir mal, dass sie da woanders sind, wenn ich hier. Kann man aber von außen gehen. So, ich versuch mal die Glück. Haben wir. Ja. Schild gegeben, da geht das ganz gut. So. So. Oh, hier ist noch ein blaues. Ganz versteckt in der Ecke. Ich komme. An alle Einheiten, hier Commissioner Gordon. Der Joker kriegt die Information, wie es der Krimine geht. Doch wenn er euch mit seinem Gift erwischt, lacht ihr euch tot. Ich will, dass alle im Regal Hotel voll bewaffnet sind und Truppen in Alarmbereitschaft stehen, falls Harley Quinn, die Clowns des Jokers oder was auch immer aufkreuzt. Gordon, Ende. Du hast den Hauptrechner erreicht, wo Exobyte-Daten der Special-Crimes-Units gespeichert werden. Du hast nicht viel Zeit. Schlage diese Clowns zurück, bevor die Daten vernichtet sind. Vorsicht, der Rechner. Den wir es nur noch beschützen. Mhm. Jetzt schnell zügig. Sag mal, wozu ist eigentlich der Mehrzweck-Gürtel? Der ist genau das, was ich vorhin noch nicht erklärt hatte. Der Mehrzweck-Gürtel ist ja das Schmuckstück, wo du jetzt ein Schmuckstück hast, wenn du eins hast. Weiß ich natürlich nicht. Mhm. Und der schaltet dann die vier Zusatzplätze frei. Okay. Und je nachdem, ob das Schmuckstück gut ist oder nicht, kannst du weitere Schmuckstücke oder hast du sogar Wildcard und in der Wildcard kannst du da alles reintun. Also Tränke, Schmuckstücke, Sachen, die sich verbessern, Verbrauchsartikel, die können da alle unter Wildcard rein. Dafür sind die Mehrzwecke gut. Und die sind wichtig. Gut und wichtig. Wann bekommt man die Grundlegenden dafür? Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist nicht mehr so lange hin. Ich glaube, es ist nicht mehr so lange hin. Das heißt, wir haben jetzt einen. Aber ich kann ihn jetzt zum Beispiel nicht ausrüsten. Da steht erfordert Mehrzweckgürtel. Doch, bei mir geht's. Also den musst du da hinkommen unter dem linken Ring. Bei mir? Also wenn ich jetzt raufgehe, steht bei mir, du musst Mehrzweckgürtel gekauft haben, um Zugriff zu diesem Inhalt zu haben. Das kann DLC sein. Ach deshalb, okay. Das ist möglich, das weiß ich natürlich nicht. Du hast ja jetzt Legenden-Status, ne? Dadurch auch Mitgliedschaft halt. Ich war noch nicht free to play. Ich weiß nicht genau, wie das da ist. Okay. Ja, ich denke mir auch, dass es so Episoden gebunden ist, so ein bisschen. Na gut. Dann? Ja, ich mach mal eben hier ein Inventar klar. Mhm. Das war's schon. Und ich bin sogar eingestiegen. Und ihr seht hier, dieser Booster, der hat es voll in sich. Er hat schon die 19, hat schon die 19. Ich bin noch bei 15. Ne, 16 jetzt. Und wir haben ja absolut das gleiche getan. Also der Booster lohnt sich. Okay, Leute. Das war's mit DC. Mit dem Floppy und meiner Wenigkeit natürlich heute als Gast. Ja, und wir begrüßen euch zum nächsten Mal, wenn es gegen den Joker geht, im Regal Hotel im East End. Bis zum nächsten Mal, Leute. Gehabt euch wohl. Jo, tschüss. Danke euch. Viel, bis zum nächsten Mal. はい. Je suis schon. Vielen Dank.